Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute bin ich in Bottrop und was ich da mache, das seht ihr jetzt. Und zwar laufe ich gerade zum Tetraeda. Genau, ich muss jetzt hier erstmal hoch. Und dann zeige ich euch den gleich auf jeden Fall. Okay. Also Leute, ich finde es einfach richtig schön hier oben. Guckt euch das bitte an. Ich bin jetzt schon ein bisschen hier gelaufen. Oder ich muss noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Sieht man glaube ich nicht, aber es ist noch ein Stück. Auf jeden Fall. Leute, ich habe eine Bank gefunden. Ich setze mich jetzt erstmal für ein, zwei Minuten und genieße die Aussicht hier. Das ist auch schon voll schön. Und dann geht es auf jeden Fall gleich weiter. Okay. Also Leute, guckt euch diese schöne Aussicht bitte an. Und dann drehe ich mich um und sehe ein C3A. Ist einfach richtig schön hier. Leute, hier ist der Weg. Der Moment, wenn ich die Abkürzung durch den Busch nehme. Ach du Shit. Hilfe. Okay, hier ist alles schon ein bisschen zu. Aua, zugewachsen. will ich jetzt vorher gut an. Bitte. Schön, schön. Nein! Den Schmetterling möchte ich jetzt noch drauf haben. Flick doch nicht weg! Okay, ist weg geflogen. Schade, da war gerade ein Schmetterling. Guckt euch das bitte an. Das ist so schön hier. Es ist zwar auch sehr warm gerade, aber es ist richtig schön hier. Und das ist das IPN Center. Also Leute, ich bin jetzt wieder hier unten. Da ist... Okay, das ist ein Baby. Ich wollte gerade sagen, dass sie halte Bescheid da war. Ich werde jetzt zum Stadtgarten fahren, euch das noch ein bisschen zeigen. Übrigens, Leute, guckt euch diesen schönen blauen Himmel an. Und dann bis gleich. Hier ist übrigens das Museum Quadrat. Denk ich jetzt nicht rein, aber wollte ich euch nur einmal so kurz zeigen. Genau. Das ist einfach richtig schön hier. Vor allem am Tetraeder war es halt richtig heiß und so. Und hier ist es halt recht kalt. Also nicht richtig kalt, sondern so angenehm kühl. Und ja. Also Leute, ich bin jetzt hier im Stadtgarten in Bottrop. Jetzt wollte ich euch gerade was zeigen, aber jetzt sieht man es gerade nicht mehr. Also... Moment. Jetzt fährt hier wieder jemand vorbei. Genau, ich drehe jetzt die Kamera. Und das ist einfach richtig schön hier. Moment. Ich finde das richtig schön, ja. Also Leute, ich bin jetzt auch schon wieder zu Hause. Ich hoffe, euch hat dieser Kurztrip nach Bottrop mit mir gefallen. Wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert uns doch sehr gerne. Aktiviert die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020